Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man den Flächeninhalt eines Rechtecks bestimmen kann und du solltest wissen, was es für Strategien für Flächeninhalte geradlinig begrenzter Figuren gibt. Das Ziel für dieses Video ist dann, dass wir uns eine Strategie zurechtlegen, wie wir mit Flächeninhalten von krummlinig begrenzten Figuren umgehen können. Schauen wir uns zunächst einmal das Rechteck noch einmal genauer an. Schon in der Volksschule finden wir hier eine Strategie, wie wir den Flächeninhalt eines Rechtecks bestimmen können. Man kann zum Beispiel so vorgehen, dass man zunächst ein Einheitsquadrat definiert. Hier ist das jetzt ein Quadrat mit Seitenlänge 1 cm und damit Flächeninhalt 1 cm². Und dann kann man schauen, wie oft passt dieses kleine Quadrat in das Rechteck hinein. Das kann man dann einfach abzählen und dann kennt man den Flächeninhalt des Rechtecks. Das wird mit der Zeit selbstverständlich ein bisschen unpraktisch. Deshalb findet man auch bereits in der Volksschule eine handlichere Formel, für die man nur noch die Längen der Seiten wissen muss. Also hier haben wir Länge a und Breite b und wir wissen dann, der Flächeninhalt dieses Rechtecks entspricht dann einfach Länge mal Breite oder in Variablen a mal b. So weit, so gut. Schauen wir uns als nächstes das Dreieck an. Hier haben wir ein Dreieck, bei dem die Seite c, also die Länge der Seite c gegeben sein soll und die Höhe auf die Seite c. Jetzt ist die Frage, wie können wir hier den Flächeninhalt bestimmen? Da müssen wir ein bisschen kreativ werden. Wir können nämlich das Ganze auf ein Rechteck zurückführen bzw. auf die Formel für den Flächeninhalt eines Rechtecks zurückführen. Und zwar können wir das Dreieck ergänzen zu einem Rechteck, indem wir einfach diesen Teil hier noch einmal hier anfügen und diesen Teil hier anstückeln. Dann stellen wir fest, dass das große Rechteck einfach Flächeninhalt c mal hc haben muss. Und wir wissen auch, dass das große Rechteck doppelt so groß sein muss wie das Dreieck, weil wir haben ja jeweils diesen Teil quasi doppelt und diesen Teil doppelt. Das bedeutet, der Flächeninhalt des blauen Dreiecks muss deshalb sein c mal hc durch 2. Natürlich geht das auch, wenn man z.B. die Seite a kennt und die Höhe auf die Seite a oder die Seite b und die Höhe auf die Seite b. Und es gibt auch noch andere Wege, wie man den Flächeninhalt eines Dreiecks bestimmen kann. Wichtig ist, es ist nicht allzu schwer hier zumindest einmal Formeln zu finden, mit denen wir verlässlich den Flächeninhalt eines Dreiecks berechnen können. Mit der gleichen Strategie findet man übrigens auch Formeln für spezielle Vierecke, also zum Beispiel für das Parallelogramm oder für das Trapez. Wie ist das jetzt bei beliebigen Vierecken? Also hier haben wir ein unregelmäßiges Viereck, wie könnten wir hier jetzt eine Formel finden für den Flächeninhalt oder zumindest eine Strategie, wie wir den Flächeninhalt berechnen können. Und der Trick ist, jetzt können wir das Ganze auf Dreiecke zurückführen, indem wir einfach diese Fläche in lauter Dreiecksflächen unterteilen und dann feststellen, dass natürlich gelten muss, dass die Summe der Flächeninhalte dieser Dreiecke genau dem Flächeninhalt dieses Vierecks entsprechen muss. Das bedeutet, hier können wir so vorgehen, dass dann gilt, Groß A ist gleich A1 plus A2 plus A3 plus A4. Und das Spannende ist, das geht mit jedem Viereck. Das heißt, um den Flächeninhalt eines Vierecks zu berechnen, können wir versuchen oder können wir, wir müssen es nicht versuchen, das geht garantiert, das Viereck in lauter kleinere Teile zerteilen, mit denen wir besser umgehen können. Im schlimmsten Fall in lauter Dreiecke und dann können wir die Flächeninhalte dieser Dreiecke bestimmen. So weit, so gut. Wir haben jetzt gesehen, mit geradlinig begrenzten Figuren können wir umgehen, auch wenn es teilweise dann schon etwas mühsam wird, wie zum Beispiel hier bei den beliebigen Vierecken. Wie ist das jetzt mit krummlinig begrenzten Figuren? Wir interessieren uns jetzt für den Flächeninhalt Groß A, dieser links dargestellten Figur. Die Formelsammlung hilft jetzt nicht mehr. Für zum Beispiel spezielle Vierecke oder spezielle Dreiecke finden wir viele Formeln in Formelsammlungen teilweise eben mehr, als wir überhaupt brauchen. Für so etwas hier finden wir garantiert nichts. Rechts haben wir jetzt einen Raster auf die Figur gelegt. Wie bringt uns das weiter? Denk einen Moment über diese Frage nach und erinnere dich, worüber wir im Begrüßungsvideo gesprochen haben. Nimm dir ein paar Minuten Zeit und dann sprechen wir noch kurz darüber. Also gut, wie bringt uns das weiter? Naja, wir sehen, dieser Raster besteht aus lauter kleinen Quadraten und wir können jetzt versuchen, zunächst einmal alle Quadrate abzuzählen, die vollständig innerhalb der Figur liegen. Das bringt uns zwar noch nicht den tatsächlichen Flächeninhalt, aber es bringt uns eine gute Abschätzung von unten. Das bedeutet, wir wissen dann, der tatsächliche Flächeninhalt ist mindestens so groß wie der Flächeninhalt all dieser Quadrate, die vollständig innerhalb der Figur liegen. Wir können dann auch noch alle Quadrate abzählen, die zumindest teilweise mit der Figur überlappen. Damit erwischen wir ein bisschen zu viel. Damit finden wir eben also eine Abschätzung von oben und wissen dann auch, okay, der tatsächliche Flächeninhalt ist höchstens so groß wie das, was wir so ermittelt haben. Das bedeutet, wir können mit Hilfe von so einem Raster den Flächeninhalt von so einer kurvigen Figur von oben und unten gut abschätzen. Und diese Strategie werden wir jetzt in den nächsten Videos weiterverfolgen und verfeinern.